Hi, ich heiße Nadine Herberger und ich möchte euch etwas zeigen, auf das ich sehr stolz bin. Die Liebe kann mich mal. Dieses Buch haben Ellen Kühne und ich gemeinsam geschrieben. Und darin geht es um Elisabeth. Elisabeth ist eine alleinerziehende Mutter, die ein kleines Problem mit der Männerwelt hat. Denn all ihre Beziehungen scheitern innerhalb kürzester Zeit. Im Internet trifft sie auf den mysteriösen Blogger Sky. Und der offenbart ihr die Geheimnisse einer erfüllten Liebe. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, die Liebe kann mich mal, gibt es ab sofort im Buchhandel.